Ich habe in der einen Hand Six Birnen. Ja. In der anderen Hand habe ich auch Six Birnen. Ja. Was habe ich dann? Dann hast du unwahrscheinlich große Hände. Den Namen, den sage ich nichts Nettes. Wieso sagst du nichts Nettes? Den kenne ich, das ist ein Torero. Der, wie groß denn darauf, dass der hier ein Torero ist? Der stirbt mich die ganze Zeit so an. Verzeihung! Jetzt riech ich mich aber weg. Willst du was sagen? Maka. Was denn? Wodka für alle. Hey, das ist der Zug. Der Herr, der uns mal eine zahlt. Tschüss. Icke. Atze. Icke. Atze. Ah, Atze. Atze. Atze, im Dialekt nach kommen Sie doch bestimmt so aus Berlin. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Und Sie, Sie kommen mir so aus dem Zügen. Ja, ja, ich schau's Lied. Ja, ich kenn' euch. Welches denn? Hänzchen klein. Hänzchen klein. Atze kennt das Lied auch. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Frauen sind wie Regenrollen. Wieso das denn? Wenn sie verziehen, kann es noch ein schöner Tag werden. Dank Viagra. Ach, sie hier unten auch. Ach, schnell schlucken, sonst gibt es den steifen Hals. Aber ich habe mir einen Bordarzt gesprochen, der hat gesagt, Herr Müller, dass sie keinen Alkohol trinken sollen eigentlich, wegen ihrem Bluthochdruck. Und ich habe sie gestern mit der Flasche Wein gesehen. Nein, er hat nur gesagt, es soll kein Glas anrühren. Dank Sie! Vielen Dank für's Zuschauen!